Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Und die Rede ist Forden. Super Mario Galaxy 2. I can do it. Oh nein, du fackverfickter Scheiße, abgefuckter Lutscher. Also kann dieser Yoshi Sachen sehen, die andere Yoshis nicht sehen, oder was? Interessant. Jetzt würde mich interessieren, verschwindet der Weg? Oder ist er einfach unsichtbar? Okay, er hat sich erledigt. Achso, lass ich über die Trüberspringen, oder was? Das ist doch kein Ding. Absolut nicht, ich bin nur tot. Also, wir sind gleich da. In meine Träume. Wenn das mal nicht ein Doppelko war. Das ist bestimmt irgendwo ein cooles Versteck für die Kometenmünze. Ach, da ist ja... Da geht's ja dem Ende zu, ne? Da geht's dem Ende zu. Und mir auch. Tschüss. Wie schade. Sehr interessant. Das ist Eis. Ich hab die Wielverberdehnung geschüttelt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, niemals die Wielverberdehnung schütteln, wenn man auf Eis ist. Ach du Dreck! Ach du, Junge. Das war wirklich sehr schwierig. Eigentlich im Vergleich. Wie es denn in Mario Sunshine abgeändert wurde. Oh ne. Oh ne. Ja. Okay, verstanden. Aber wir können in dieser Welt einige Leben auffrischen wieder. Verdammter Mist. Also dann ist wirklich das Umdenken schon etwas größer. Okay. Okay. Und schon wieder so ein geldgeiler Kerl. 70 Münzen. Lieber nicht. Ich guck jetzt erstmal. Was ist hier in der Röhe? Nicht besonders viel. Okay. So viel zu den 70 Münzen. Warum habe ich meine Dings verloren, Eber? Nein. Vielleicht wollte ich was kaufen, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, das gibt es doch nicht. Ich hätte es geschafft. Na gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mehr Zeit, als ich gedacht habe. Na, was soll das? Der ganze... Meine Fresse. Das ist also interessant. Oh Gott, oh Gott. Nein. Darum läuft so einem eiskalt den Rücken runter. Irgendwie treffe ich... Nein, bitte nicht. Oh, jetzt so ein dummer Fehler. Was gar nicht mit diesen Blöcken zu tun hat. Holen wir uns den mal. Ganz. Der wievielte Versuch ist es denn? Ihr könnt ja mal mitzählen. Und mir dann hinschreiben, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Habe ich schon mal so schnell eine Mission vergeigt? Willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy 2. Hallo Leute. Willkommen zurück zu Super Mario 64. Willkommen zurück zu Cranky Kong Galaxy 2. Willkommen zurück zu Cranky Kong Galaxy 2. Individu. Genau. Ihr wisst schon. Hier auch wieder. Was soll denn das? Da ist die Kometenmünze. Also von gut versteckt kann hier keiner reden. Wie schade. So, du ärgerst mich jetzt garantiert nicht. Es fühlt ja fast keinen Weg an. Da ist die Kometenmünze vorbei. Ich glaube aber nicht. Boom, damn it. Es hat noch geklappt. Da bin ich ja froh. Ja, keine Ahnung, wo die sein sollte. Ich kann mich hier mal ein bisschen umgucken. Oh. Mario, bitte. Besser zielen. Ah, das gibt's doch nicht. Wirklich cool gemacht. Respekt Nintendo. Ich würde am liebsten applaudieren, aber ihr habt mir leider eine Fernbedienung und einen Landschock in die Hand gedrückt. Kann sein, dass ich dich kenne? Was machst du denn hier? Ein Bronzestern? Ne. Kein Bedürfnis. Auf Wiedersehen. Was macht ein Bronzestern? Komm. Hä? Zählt er überhaupt? Oder? Ähm. Gut zu wissen, dass es mir durch die Gitter schadet. Oh. Ich drück einfach immer A. Das wird das Beste sein. Schauen wir mal hier. Das sieht aus wie ein Aufzug. Scharfsinniger Kampanzerauge. Stern. Ah, nee, nee. Das war nix. Aber hier lässt sich... Die Zeit ist nicht abgelaufen. Seht ihr? Also. Mit etwas Konzentration ist es zu schaffen. Ähm. Wie... Ich wusste jetzt nicht mal, wie man sich zurückverwandelt. Das schaffen wir. Boah, guckt euch das an. Hey, was denn Dramatik. Ich bin Erster. Ja, wirklich. Da gewinnt man an Schnelligkeit. Wenn man eine Runde dreht. Oder man zerschellt gegen die Wand, ne? So, und jetzt müssen wir schon nur noch voll Power geben, ne? Nein. Tu es nicht. Ich bin trotzdem Erster. Ey, Leute. Ich bin ja im Ziel. Ich habe sowas geschafft. Egal. Dann baue ich eben auf meine viele Energie. Ah, nein. Nein. Keine Chance. Komm, beeil dich. Ach, das war so dumm. Jetzt geht die... Ey. Ah. Ich bin viel zu langsam. Oh, nein. Hilfe. Was war ein Schock? Aber auch du, mein Freund. Ist es nicht so? Hä, hä, hä? Boong. Boong. Ein Klatscher auf die Wampe. Der Mond. Daiso Kutsi, Amura, Planung. Futushi, Chira, Yahuca, Karinuma. Ey, das bin ja ich. Ich kann ihn steuern. Großes Problem. Ey, ich will noch Sternteile. Ey, kann ich die kriegen so? Scheiße. Ey. Mein Gegner. Das ist die Kometenmünze. Oh Gott. Jetzt habe ich alle. Und der Powerstern erscheint wieder am Anfang. Oh nein. Puh, ey. Ey, das kommt wieder an die Top 10 meiner besten Fails. Ach, auch nur mit Zeitlimit. Natürlich. Warum nicht? Und Schattenma... Hallo? Wie sehe ich denn aus? Ähm. Da vorne ist eine Luftblase. Das wäre ganz schön, wenn du gerade mal wegen meiner Luft zu meiner Luftblase kostest, was ich wolle. Oh Gott sei Dank. Okay, er hat sich erledigt. Tschüssikowski. Ha. Jetzt habe ich den Panzer weggeworfen. Den wir ganz bestimmt brauchen. Oder wir nehmen auch den. Ich habe schon so einen Verdacht, was in dieser Truhe sein könnte. So einen kleinen Verdacht habe ich. Ein Tod. Genau damit habe ich gerechnet. Das ist bitte nicht diese Kugel, wo ich denke. Es ist die Kugel, wo ich denke. Na gut. Wir sind... Wir sind... Das ist absolut kein Problem. Mir geht's gut. Euch geht's gut. Den Wumms geht's gut. Den Toxbox geht's gut. Aber Mario geht's gerade nicht so gut. Ähm... Wie mache ich das denn am besten? Ja wie, ich bin doch gar nicht richtig dran gekommen. Der bloße Kontakt mit dem bringt mich zum Tode, oder was? Au. Toll gemacht, toll gemacht, toll gemacht, toll gemacht. Auch wenn alle Power-Stelle geborgen sind, muss der Unhold erneut besiegt werden. Sonst werden wir die Raum-Phantome niemals zu Gesicht bekommen. Ja und? Wir haben zwar alle Stelle gesammelt, aber... Du rühst immer selber. Na gut, ich helfe euch doch. Was ist zu tun? Ihr müsst es schon ausspucken. Also von selbst kommt Mario wahrscheinlich nicht drauf. Weiter geht die Suche. Oh nein, das da. Uff! Habt ihr das gesehen? Das darf doch nicht wahr sein. Ey, wer hat denn damit gerechnet? Na ehrlich. Ey! Beide Sterne gesehen. Damit habe ich nichts mehr zu verlieren hier. Tja, und dann hatte ich es geschafft. Und wenn ich das hier nehme? Das hält aber doch nicht so lange. Ich lasse mich mitnehmen. Boah. Das geht nicht. Lasst mich raus. Bitte. Guckt euch das mal an. Ey, geschafft! Hammerhart. Wir haben einfach so Freestyle-mäßig einen Dreiersprung hingelegt. Der war uns auf den Fersen, hätte uns fast überrollt. Jetzt bin ich nirgendwo gerettet. Ach. Mann! So geht das doch ganz easy. Ich trage das! Demetri-Sikogomet. Nein, Doc. Aber wir haben noch ein paar Wolken. Das ist cool. Die werde ich benutzen an schwierigen Stellen. Oh nein! Ey! Komm, wir schaffen es. Es ist andere Musik, gell? Okay. Sag mal, in diesem Abteil bin ich auch noch nie gestorben. Obwohl, wir können ein bisschen... Ein bisschen können wir da auch gehen damit. Ach komm, das sind auch Stacheln. Erzähl mir kein Quatsch. Oh! Wir sind wir in Sicherheit. Ach nee, da ist ein... Oh nein, der hat Feuerball geworfen. Oh nein! Oh nein! Eins! Zwei! Drei! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Aber hier war doch der Stern. Was ist jetzt los? Bitte nicht noch was. Ihr macht mich fertig. Es ist Rosalina. Ich gehe einfach den Stern einsammeln. Bevor ich irgendwie den Abgrund runterfalle oder so. Ich habe jetzt ungefähr vier Stunden an dem Scheiße gesessen. Das ist doch abnormal. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Leute. Zwei hundert... Zwei und vierzig Sterne. Als wir Peach gerettet haben. Ich möchte dir meinen Dank aussprechen. Ist das alles? Ich glaube... Ja. Oh Mann. Wir haben es geschafft. Dann beenden wir dieses Let's Play hier. Bis dann und ciao!